Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, in der letzten Folge haben wir ja unser Flugzeug rüber auf die Insel gebracht. Und ich habe gesagt, dass ein paar neue Missionen auf dem Weg sind. Es ist einiges in Planung, aber davor müssen wir mal gescheite Bilder hier von Kerbin machen, weil ich glaube, wir haben noch keine. Und deswegen gibt es diese kleine süße Rakete hier, die ist relativ simpel aufgebaut mit simplen Triebwerken, die wir schon lange, lange besitzen. Und hat oben einen kleinen Satelliten drin sitzen, der mit Image-Technik ausgebaut ist, damit die benutzt werden kann. Und ich würde sagen, wir starten die Rakete in 3, 2, 1, liftoff. Ähm, hier ist irgendein Fehler passiert. Erstens hängt das Spiel wie Sau, zweitens hat es eine Seite vom... Zurücksetzen, bitte nochmal auf Start. What the fuck? Ich habe eigentlich beide nach oben gesetzt. Hä? Hä? Das Modpack ist eh relativ cursed, deswegen habe ich mir jetzt das Ziel gesetzt, dass wir nach Dunau kommen mal und dahin tun können, weil ich kann keine Fairings mir gescheit bauen, ohne dass das Spiel leckt wie Sau. Sobald ich eine Fairing versuche zu bauen, stirbt das Spiel auf irgendeine Weise ab. Was richtig horrorhaft ist, wenn du versuchst, irgendwas gescheit zu bauen, ne? Ähm, jetzt müssen wir mal schauen, was wir alles schön schaffen können. Und ich baue deswegen auch immer offline, weil halt diese Legs nicht ansehbar sind. Also man baut halt ohne Fairies, aber wo brauchst du bei einer Rakete keine Fairies? So, da ist noch das zweite Teil hier, das muss nach hier oben. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, liftoff. Wie gesagt, eine relativ simple kleine Rakete, im Gegensatz zu unseren vielen anderen Raketen, die rumschwirren. Ist die echt einfach. Wir haben auch irgendwie keine Steuerung, heißt das Gefühl. Äh, Leute, was ist jetzt los? Es hat doch ein Gimbal drin verbaut. Oh, nö, hat's nicht. Fuck. Äh, okay, das war jetzt dumm. Bedeutet, wir schießen mit dem nach oben. Geil. Äh, okay, jetzt wird's kacke. Jetzt hoffe ich, dass das Triebwerk funktioniert. Und das Spiel, das macht was ich will. Okay, nope. Und es funktioniert. Einmal, können wir eine schnelle Drehung noch machen. Nein, oh, verdammt. Jetzt seht ihr den Horror, den ich zu unternehmen hatte. Warum passiert das denn? Oh Gott, 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 oh Gott. Oh Mann. Ich hab vergessen, dass das kein Gimbal hat unten, der Antrieb. Das ist echt beschissen. Weil die normalen Triebwerke haben ja schon Gimbal und das ist halt eins, das ist halt hat voll Kraft drunter, aber hat null Gimbal. Und jetzt seht ihr, was mein Leck immer ist. Ich versuche hier zu arbeiten. Hm. Kann man voll gut und so. Wenn man versucht, ein Triebwerk zu tauschen. Das ist schon wie, als ob man die Puppetschau anschauen würde hier. Ich will dieses Triebwerk nehmen. Geht. Dann brauche ich das neue Triebwerk. Dann nehmen wir das hier. Es ist so der Horror. Du kannst dieses Triebwerk nicht anbauen. Solange du diese Fairing dran hast, oder? Ich muss immer die Fairing abnehmen. Hier dransetzen. Das dransetzen. So. Umbauen. Zack. Du musst halt immer mit irgendwelchen Plänen aufkommen, damit du das anbaust. Wir setzen das jetzt noch hier schnell ein. Es tut mir sehr leid für euch, dass ihr das miterleben müsst. Aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich sehe gerade schon wieder einen Fehler. Da ist ein Staging-Fehler. Da ist ein großer Staging-Fehler. Und falls ihr einen rauschenden Hintergrund hört, ist der Laptop neben mir da drüben. Der versucht gerade Zorin aufzusetzen. Das ist ein, keine Ahnung, wie alter Laptop von meiner Freundin. Und auf dem will ich ein Linux-System aufsetzen, um zu testen, ob das besser ist und wie das allgemein ist für große Systeme auch. In Zukunft war ich umlegen, anstatt auf Windows 11 auf Linux zu wechseln. Jetzt werden wir wieder denken, oh nein, Linux. Aber es ist echt gut geworden mittlerweile. Und Zorin kann man vor allem auch nicht nachsagen, dass es schlecht wäre. Und ja, es ist leichter. Es ist halt nicht so massiv wie Windows 11. Windows 11 hat viel Rumor schon wieder gemacht. Klar, es wird am Ende ein typisches Windows wahrscheinlich sein. Aber man muss auch irgendwann mal üben, ob man aus dem Loop raus will oder ob man im Loop drin bleiben will. Und ich habe beschlossen, ich versuche aus dem Loop rauszukommen, wenn es möglich ist. OBS gibt es auch. Leider funktioniert Action nicht so, wie es bräuchte. Aber was willst du machen? Ich würde sagen, 3, 2, 1... Oh, nee, war das Stopp, bevor wir das machen. Das ist hier hoch. 3, 2, 1, Liftoff. Das ist jetzt nicht das stärkste Triebwerk, aber es hat Gimbals. Von daher ist es schon mal um einiges besser. Wir werden wahrscheinlich mehrere von diesen kleinen, kleinen, feinen Satelliten hochsetzen, um genug Bilder von Körben zu kriegen. In Zukunft. Hier sehen wir eh auch, welche alle hier zur Verfügung stehen. Wir sind aktuell Küstengebiet. Rassland haben wir hier. Basel haben wir hier. Der eine ist hier. Das ist cool, dass du halt wirklich siehst, wo welcher lang fliegt. Das finde ich echt cool gemacht. Instrumentenanzeige. Oh, schau dir das an. Da kannst du dir sogar anzeigen lassen, was da alles am Boden an Mineralien gibt. Das ist cool. Aber wir werden jetzt langsam mal nach Norden fliegen. was ja eigentlich die ganze Zeit auch der Plan mit dieser Rakete ist. Im Grunde wird es ein mit dem Pol fliegende Imager werden, der versucht, neue Bilder zu machen von Körben, weil es hat sich natürlich eigentlich geändert. Wir brauchen eine neue Übersicht über Körben. Das sollte hoffentlich dabei helfen. Und als nächstes würde ich dann gerne mal schauen, ob wir vielleicht nach Pol auffliegen können und alles drum und dran. Aber dafür holen wir uns einen unserer alten Freunde wieder. Schauen wir mal, ob der noch gut im Zustand ist. Wir sind bei 7000 Meter mittlerweile. Äh, 7000 Meter, genau. Ja doch, das stimmt. Ich denke, ich sage mir, ich sage eine Scheiße, aber diesmal sage ich es doch richtig. Es sind 8000, 9000 Meter jetzt gleich. Wir gehen uns auf die 45 Grad zu. Haben die 45 Grad erreicht. Und fliegen immer weiter. Wie schaut es aktuell mit unserer Flugbahn aus? Perfekt. So wollen wir das. Da ist noch genug Schub drin. Die Überraschung hat natürlich auch Antrieb, aber einen sehr, sehr kleinen, feinen Antrieb. Keinen Monopropellent-Antrieb, wie manche wahrscheinlich vermuten würden, aber trotzdem einen feinen Antrieb. Ich will halt schauen, wie viel ich insgesamt hier kriege. Vielleicht ein bisschen überbaute Rakete sogar. Ich weiß es nicht. Vorsichtig. Ich will schauen, dass wir hier ganz gut durchkommen. Schaut ein bisschen aus, wie so eine ganz simpel gebaute Falcon 9. Ich weiß auch nicht, ich habe es wahrscheinlich so overmoded mittlerweile, dass es einfach hängt. So, wir fliegen weiter. Jetzt schauen wir, dass wir auf die 15 Grad runtergehen können. So, perfekt. Richtig. Perfekt. Schießen wir natürlich mit voll Karacho durch die Atmosphäre durch. Mit 1300 Metern pro Sekunde durch die Atmosphäre durch. Das ist ein dezenter neuer Approach, auch an der Flugvariante, um zu gucken, wie effektiv das so zu fliegen ist. Auch, dass der Periapsis halt früher oben ist, damit wir besser mit den nicht atmosphärisch gedachten Triebwerken arbeiten können. Und wir halt nicht dementsprechend auch viel Kraft brauchen, dann wenn wir im Weltraum sind, um nur unseren Orbitern zu passen. Deswegen versuche ich halt früh gemütlich nach unten zu kippen, damit wir weniger verbrauchen, wenn wir oben sind. So, wir schauen, dass wir jetzt hier mittig wieder sitzen. Jetzt sind wir bei 70.000. Nope, das war jetzt nicht der Plan. SOS. Wir müssen noch warten, bis wir rauskommen. Wir müssen noch warten, bis wir rauskommen. Wir müssen noch. Wir müssen natürlich, was hier drin ist, funktioniert natürlich nicht draußen. also es ist gut getimt. Wenn wir anschauen, wir haben hier noch ein bisschen was und wir 100.000 sinkt natürlich jetzt wieder. Aber wenn wir auf die preisende Höhe kommen, können wir das hoffentlich auch alles auspacken. Wir schauen mal an, wie es sich weiterentwickelt. Okay. Wir anwielen mal, was da rauskommt. Oh, nicht in das Kraft rein, bitte! Okay, nee, gut, passiert nicht. Dann wählen wir noch mal das hier. Die sind hoch genug, so wie ich vermute, dass das passt. Kann ich hier auch Datenmanagement anschauen? Nee. Time Warp Resolution, Farpenmanagement, Loll. Was man also einstellen kann, ist Wahnsinn. Stock UI. Nee, wasch. Load Landing Target. Active Vessels ohne sich dann mehr. Nee, schade. Wäre lustig gewesen. Wir fliegen jetzt rauf und dann werden wir das hoffentlich uns mit allein können. Handy, Ruhe da unten. Alter, ist doch mir wurscht. Das Ding hat halt kein SRS, bedeutet, es hat auch keine wirklich eigene Steuerung. Es kann nur mit dem Triebwerk steuern. Und das ist jetzt, was hier das Problem ist. Das müssen wir beim nächsten Mal noch ändern. Er dreht sich jetzt im Kreis und versucht. Start Scan. 70 Kilometer ist ideal, aber er ist tief genug und macht hoffentlich neue Bilder nun von Körben. und wir geben Minimalschub. Schauen wir mal, was ich hier noch eigentlich machen müsste. So, vorsichtig. Schauen wir mal, dass wir so hoch wie möglich erstmal kommen. Da ist der Pol. Jetzt drehen wir das Triebwerk einmal hoch und schauen, dass die andere Seite relativ schön hoch kommt. Ein bisschen über die 70.000 und versuchen wir nicht, die andere Seite danach runter zu heben. So, perfekt. Hier hervorspulen. Ah, schön. Körben ist auch ein wunderschöner Planet. Man darf ihn eigentlich nie vergessen. Körben wird so underestimated, vor allem wenn man mal weiterkommt, aber Körben ist und bleibt ein wunderschöner Planet. Jetzt sieht man, hier kommt der 2er. Nee, wir sind 1. Und einen, der uns hier so ein bisschen accomplished, den wir auch noch hochgesendet haben vor Ewigkeiten, der Orvitana. Jetzt versuchen wir mit ganz viel Ruhe und Geduld, den Orbit runterzusetzen hier. 71, 81. Schaut mich doch gut an. Jetzt können wir auch ganz gemütlich noch Daten nehmen, die nächsten 90 Tage. Haben keinen Stress damit. Batterien reichen hoffentlich aus, sind groß genug. und der kleine Satellit kann hier im Orbit herumschweben und über Körben Daten sammeln. Was will man mehr? Ich kann nie was nie. Ich bin mit der Kamera noch nicht so zufrieden. Ich bin auch nie mit der, wie gegen die Kamera umzustellen. Frei, jetzt halt. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.